Hallo und willkommen in einer kleinen Vorstellung zu einem neuen MMO. Ihr habt sicherlich schon von gehört und zwar geht es um New World. New World möchte ich gerne in den Kanal mit aufnehmen, wie ich schon im letzten Video kurz mal erwähnt habe, was ich gemacht habe über diese kleinen Zukunft einblicke, was ich demnächst machen möchte. Denn ich bin natürlich schon eine ganze Woche, seit es rausgekommen ist, am Suchten und ich möchte euch das ein bisschen vorstellen jetzt in diesem kleinen Video. Ich denke mal, es gibt ein paar, vielleicht auch vor allem viele Leute in meinem Kanal, die mich sonst eher von so Sci-Fi Sachen kennen und die haben vielleicht New World so ein bisschen umgangen oder es gibt vielleicht immer noch welche draußen, die haben sich einfach nicht informiert. Was ist das? Die denken vielleicht, hey, ein neues WoW oder ein ähnliches MMO. Und ich möchte es euch einfach mal ein wenig näher legen. Fangen wir einmal an mit der Charakterauswahl. Wir können uns einen Charakter erstellen, besser gesagt zwei in einer Region. Das ist schon ein großer Unterschied, denn das Spiel hat nicht sehr viel mit Twings. Triletisch pro Server ist sogar nur ein Charakter möglich. Ein zweiter Charakter wäre möglich auf einem sogenannten Weltset. Wenn ich einmal die Welten mir hier anschaue, die heißen dann eben zum Beispiel Vanaheim, Koa oder Astra. Das sind die einzelnen Sets, die dienen dafür, dass hinterher das Spiel noch zusammengelegt werden kann und einzelne Server zusammengelegt werden, wenn halt mal die Spieler so ein bisschen rarer werden. Letztendlich geht es aber primär darum, dass wir uns ein Char erstellen und mit dem können wir dann eben auch alles machen. Die Server sind auch recht überschaubar von der Größe her, von der Population. In vielen MMOs ist es ja heutzutage so, dass man Megaserver hat. Alle sind bunt gemischt, auch von den Sprachen her. Und ja, es hat keinen Wert mehr. Man kann sich keinen wirklichen Namen mehr machen. Es sei denn, man ist extrem gut und in der Progress-Gilde. Hier ist es so bei New World, jeder kann sich einen Namen machen, weil zurzeit lässt man bis zu 2000 Spieler auf den Server. Also 2000 Spieler ist ein Maximum. Eventuell wird noch mit ein paar hundert Spielern nach oben korrigiert. Aber dementsprechend ist das überschaubar, wer da drauf spielt. Man kann schöne Bekanntschaften machen. Und was noch dazu beiträgt, die Server sind in noch ein paar Sprachen unterteilt, wie zum Beispiel Deutsch und Englisch. Das heißt, wir finden vor allem bei den deutschen Servern extrem viele deutschsprachige Spieler drauf. Also auch wer da das Problem mit der englischen Sprache hat, dem ist er auch geholfen. Hier kann man sich eigentlich immer auf Deutsch ansprechen und jeder versteht einen. Das Weitere muss ich noch dazu sagen, es gibt kein Abosystem. Also das Spiel wird dann einmalig gekauft. Für, ich glaube, um die 40 Euro ist so der Startpreis da. Und dann könnt ihr so lange spielen, wie ihr wollt. Hat zwar noch einen In-Game-Shop, aber dazu komme ich am Ende des Videos noch einmal kurz. Nachdem wir einen Charakter erstellt haben, werden wir ins Spiel geworfen. Und zwar erfahren wir dann direkt, dass wir ein Schiffsbrüchiger sind und auf der Insel Aternum gelandet sind. Und auf dieser Insel gibt es eine unbekannte oder neue Ressource, das Azoth. Und zwar ermöglicht dieses Zeug, dieses Mineral soll es sogar sein, ewiges Leben. Also irgendwie kann hier nichts richtig sterben. Ich glaube, auch die Tierwelt kann nicht sterben. Oder nur ganz wenige Leute können sterben. Es wird immer, die werden immer wieder respawnen, zu sagen, das ist so ein bisschen Background-Story. Und warum, ja, man auch diese Insel so wichtig findet. Ansonsten als großes Böse ist hier für den PvE-Content die Verderbnis dran. Das sind so riesige Risse, die aufgehen, die teilweise auch die Landschaft verändern. Und gegen die wir dann einmal kämpfen können. Aus diesen Gründen sind auch die Hauptgegner eigentlich Skelette oder Untote generell, wie man es nennen will. Oder eben, ja, die Tierwelt, die als Bestien bezeichnet werden. Und, ja, andere Spiele natürlich fürs PvP. Kommen wir aber später im Video einmal zu. Hier habe ich schon einmal die Karte aufgemacht. Das ist nämlich ganz Aeternum. Und die verschiedenen Farben sind die verschiedenen Fraktionen, die gerade Gebiete halten. Dazu dann später noch mehr. Ich möchte euch einmal nur die kleinen vier Startgebiete vorstellen. Denn es ist am Anfang random, in welchem Gebiet wir stranden. Überall gibt es halt eine Bucht, wo so ein Türmchen sozusagen ist. Da startet man im Spiel. Das könnte hier einmal unten im Süden sein. Das erste Licht oder Windkreis, Königsfels oder weit am Norden. Immer voll. Das sind die vier Startgebiete. Die gehen von 1 bis Level 25. Und, ja, hier kriegt man dann sein erstes Tutorial. Und muss sich dann da ein paar Basics sozusagen erstmal bekannt machen. Die, ja, eigentlich global sind. Mit der ganzen Steuerung, mit dem Kampfsystem. Erläutere ich auch gleich nochmal speziell. Und nach diesem Tutorial folgen wir auch weiter der Hauptquest. Und die führt uns zu den Fraktionen. Es gibt drei verschiedene Fraktionen, die dann PvP entscheidend sind. Wir müssen uns um die Level 10, müssen wir uns für eine entscheiden. Und dieser Wechsel in so einer Fraktion ist dann nur alle 120 Tage möglich. Ich glaube, der erste Weiterwechsel ist noch einmal, ja, kostenlos oder geht auch wohl direkt, wenn man sich einmal falsch entschieden hat. Aber ansonsten ist man an diese Fraktion gebunden. Man kann zwar mit anderen Spielern in die Gruppe gehen, aber man kann keine Gilde mit anderen Spielern aus einer anderen Fraktion machen. Denn, ja, unser ganzes PvP basiert eben auf diese drei Fraktionen. Zu den Fraktionen gehört einmal das Syndikat. Das sind sozusagen die, ja, Wissbegierigen, die nach Wissen streben. Forscher, Alchemisten. So in dem Bereich. Dann gibt es die Baurot-Döhre. Das sind, ja, ehemalige Piraten zum Teil, bei denen es einfach um Kämpfen geht, um die Ehre. Und die einfach mit Brüderlichkeit sozusagen durch diese ganze Sache hier durch wollen. Und zu guter Letzt noch das Bündnis. Das Bündnis kann man erst mit Paladin vergleichen, die an die Ordnung und an das Recht glauben. Neben der Fraktionsangehörigkeit hinterher auch für PvP oder, ne, die Schlacht zwischen den drei Fraktionen, haben wir auch hier ein Mission-System, wodurch wir nochmal unseren Ruf erhöhen können und Belohnungen kaufen können, die dann bei den einzelnen Fraktionen dann immer einzigartig sind. Teilweise ein paar Sachen fürs Crafting und sehr viel Rüstung und Waffenkram, was wir uns dann hinterher, ja, einfach kaufen können für Punkte und für Taler. Teilweise sogar auch richtig hochwertige Sachen im hohen Bereich, wenn man einen hohen Rang erreicht. Kommen wir zum Kampfsystem, ne. Ich habe ja schon erzählt, wir haben keine, wir haben keine richtigen Klassen, aber die Klassen, die basieren sozusagen auf die einzelnen Waffen oder wir bauen uns einfach das eigene, wie es uns eben passt. Wir haben die Auswahl dann auf zwei Waffen, die wir permanent eben mitnehmen, können aber auch jederzeit wechseln und wir skillen die Waffen selber hoch. Ich zeige es einfach mal eben hier. Wir kriegen immer, ne, ihr seht ja da rechts unten EP und auch Waffen-EP und damit skillen wir den ganzen Waffenbaum einmal hoch. Hier einmal eine kleine Übersicht, was es alles gibt, ne. An Einhandwaffen haben wir das Schwert und Schild, ne, Schild müssen wir separat noch ausrüsten. Die Rapier, mit der ich gerade spiele, das Ball. Als Zweihandwaffen haben wir den Speer, Streitaxt und den Kriegshammer. Die Fernkampfwaffen sind dann Bogen und Muskete. Und bei der Magie haben wir einmal den Feuerstab, den Lebensstab und die Eisstulpen, ne. Lebensstab ist halt für die Heiler, die Waffe. Der Waffenskill, der hat ein Level, Maximum ist 20. Wenn ich es bei meiner Rapier mal zeige, da, wenn wir da mal draufklicken, können wir nämlich die ganzen Punkte eben verteilen in zwei verschiedenen Bäumen. Wir haben dafür drei Fähigkeitsleisten sozusagen und drei Fähigkeits-Icons sozusagen zur Verfügung, ne, auf der Taste Q, R und F. Mit denen können wir die dann, die einzelnen Fähigkeiten hier wirken und die können wir dann ausskillen, so wie uns beliebt. Damit sind halt verschiedene Builds möglich, kann man beliebig rumprobieren. Bis Level 20 sind die Werte auch mal noch kostenlos änderbar. Hinterher muss man halt Adzot bezahlen, also eine Ressource, die man noch nebenbei bekommt als Währung sozusagen. Also es ist jederzeit eigentlich möglich, seine Skillung, ja, zu verändern, um neue Sachen eben zu testen. Man ist da also sehr flexibel und das macht auch den großen Spaß bei New World, denn wir können jederzeit einfach mal eine Waffe wechseln und was anders probieren, wenn uns, ja, halt einfach langweilig wird und das alles auf dem gleichen Schar. Zum Kämpfen selbst einmal nur, ne, mit linker Maustaste können wir hier einmal leichte Angriffe machen, wenn wir schnell drücken und wenn wir gedrückt halten, machen wir einen schweren Angriff. Ist bei jeder Waffe ein bisschen unterschiedlich und mit der rechten Maustaste können wir hier, ich sag mal, so ein bisschen parieren oder blocken, ne, wenn wir das Schild haben, holen wir das Schild halt sozusagen raus. Beim Bogen und ich glaube auch bei der, bei der Flinte sozusagen ist es anders, da ziehen wir dann halt ein bisschen genauer auf Range sozusagen. Gleichzeitig können wir mit der Shift-Taste und der Richtungstaste ausweichen, das verbraucht Ausdauer. Mit den Tasten Q machen wir halt die einzelnen Fähigkeiten, genauso wie mit R oder eben mit F, was hier in dem Fall so eine Blutung wäre. Mit der Taste 2 können wir auch jederzeit dann die Waffe wechseln. Auf die Zweitwaffe ist in meinem Fall ein Bogen. Ne, und hier ist es eben mit der rechten Maustaste ein weiter Schuss. Und hier haben wir eben auch unsere eigenen Fähigkeiten. Ein Giftgeschoss oder ein AOE oder eben so ein Schuss nach hinten oder so ein Sprung nach hinten und ja, so zum Rückzug sozusagen. Unseren Charakter selber können wir eben Attribute vergeben. Bei jedem Level-Up gibt's drei Punkte im Schnitt. Und ja, gleichzeitig sind wir natürlich auf einer Ausrüstung natürlich auch die Attribute drauf. Wir haben hier Stärke, Geschick, Intelligenz, Konzentration und Konstitution. Und hier sind auch schon die Waffen-Icons abgebildet, denn damit skalieren die Waffen. Und dementsprechend können wir zum Beispiel hier unsere Rapier, wo ist sie? Hier, die können wir mit Geschick spielen, was ich gerade tue. Man kann sie aber auch hier mit Intelligenz zum Beispiel spielen, weil damit skaliert sie eben auch. Und hier kann man direkt sehen, wie sich der Waffenschaden dann auswirkt, wenn man eben hier Punkte steigert. Und genauso, wenn man bei den Punkten drauf geht, kriegen wir hier angezeigt, wie viele Punkte zugewiesen sind, wie viel über Ausrüstung kommen oder wie viele Gegenstandsboni sind. Bei den Attributen muss man noch dazu sagen, da gibt's immer so kleine Knotenpunkte, immer alle 50 Punkte. Und zum Beispiel bei Geschickt ist es 5% mehr Wahrscheinlichkeit für kritischen Treffer. Und der zweite Punkt ist aber immer für die Berufgeschwindigkeit. Beim Häuten wäre das in dem Fall. Aber hiermit kann man dann eben auch nochmal zusätzlich die Builds verstärken, denn bei Intelligenz haben wir zum Beispiel wieder was anderes. Schaden von leichten und schweren Magieangriffen zum Beispiel ist dann stärker. Also so kann man dann eben auch gucken, was man halt benötigt, was man anstrebt und kann in dem Fall dann diese Punkte sammeln oder entsprechend eben auch verteilen beim Charakteraufstieg. Auch diese Punkte hier kann man da zurückerstatten und neu verteilen. Das ist bis Level 20, ist das kostenlos. Und hinterher, je nachdem wie viel man ausgegeben hat, kostet es ein paar Taler. 176 Taler ist aber wirklich hier nicht die Welt. Da zahlen wir für andere Dinge eigentlich bedeutend mehr im Spiel. Also Dustin Peanuts kann man gerne mal umskillen im Laufe der Zeit. Kommen wir noch zu der Rüstung, die wir noch zusätzlich anziehen können. Hier ist es auch so, hier haben wir auch eine große Freiheit, denn die Rüstungen sind halt in verschiedenen Rüstungsklassen eingeteilt. Leichte, mittlere und schwere Rüstung. Allerdings, was wir sozusagen tragen, hängt davon ab, wie viel Gewicht wir hier haben. Wir haben hier so einen kleinen Balken links. Ich trage zurzeit mittlere Rüstung, weil ich kann auch ein paar schwere Teile theoretisch reinnehmen. Gut, ich habe jetzt gerade nur ein leichtes. Genau, ich habe einen schweren Kopf zum Beispiel gerade an und ein leichter Handschuh. Das würde auch funktionieren und ich bin jetzt hier im mittleren Bereich. Das ist dafür da, wenn wir nämlich leichte Rüstung tragen, also das unterste Gewicht hier erreichen würden. Dann haben wir 20% Bonusschaden und wir machen eine weite Rolle. Das zeige ich jetzt auch mal eben. Ich ziehe mich mal so ein bisschen aus. Ich mache es mal eben nackig, dass ich auf leicht komme. Wenn ich jetzt ausweiche, dann mache ich so eine lustige Rolle und kann wesentlich mehr Abstand bekommen. Also wer zum Beispiel einen Heiler spielt, kann dann so spielen oder wer einen sehr flexiblen Damage, die er machen möchte. Ich ziehe mich mal wieder an. Mit mittlerer Rüstung habe ich hier nur so Sidesteps und mit schwerer Rüstung werden diese Sidesteps noch minimaler, nur ein kleiner Schritt zur Seite, aber dann hält man eben auch viel mehr aus. Also umso leichter die Rüstung ist, umso mehr Schaden bekommt man. Also umso geringer ist die Schadenabsorption und umso schwerer die Rüstung ist, umso weniger Schaden bekommt man. Und die ganzen Rüstungen, die haben noch weitere Eigenschaften eben drauf. Das sind da verschiedene, ich sag mal, Verzauberungen. Kann man beim Crafting teilweise eben auch auswählen. Also ein bisschen komplex das Thema. Genauso wie sie Sockeplätze haben können. Wir können da also einen Sockenstein auch reinmachen. Ist teilweise sogar auch sehr bedeutend. Zum Beispiel bei Waffen, die einzige Möglichkeit, zum Beispiel Tank zu spielen im Spiel, ist eine Waffe mit Sockenstein zu haben, wo man dann entsprechend einen Stein reintut, der dann eben mehr Bedrohung erzeugt. Dann kann man wesentlich besser tanken, wenn man dann sowas nutzt. Rüstung generell, wir haben halt Kopf-Brust-Rüstung, Handschuhe, Hose und Schuhe. Ein Schild. Ziehen wir eigentlich nur an, wenn wir Schwert und Schild spielen. Ansonsten laufen wir ohne Schild rum, weil das geht auch hier ins Gewicht. Und ja, dann haben wir noch einmal ein Accessoire, einen Ring und später ab Level 40 kriegen wir dann auch noch einen O-Ringplatz freigeschaltet. Und hier haben wir noch Taschenplätze, denn das ganze Investar-System, kommen wir auch noch zu dem Punkt, das ist kein Grid-Inventar, wie man ein paar andere Spiele kennt, sondern wir haben ein Gewicht, wie wir es vielleicht vorhin so spielen wie Skyrim oder so kennen. Wir sind überladen ab dem Maximum-Gewicht und dieses Gewicht-Limit ist erhöhbar durch diese Taschen und dementsprechend können wir dann einfach ganz viele Sachen einsammeln. Die werden auch automatisch vom Spiel hier dann eingeteilt in verschiedenen Kategorien wie Waffen, Holzverarbeitung in dem Fall, Aufgaben als Quest-Items, Alchemie, Kräuterkunde und was es alles gibt. Ist sehr übersichtlich gemacht und ist wirklich einfach sehr komfortabel. Kommen wir einmal zum Hauptfeature eigentlich von New World, wie ich finde, und zwar das Berufssystem. Ein sehr mächtiges System und wie man es auch, glaube ich, im MMO noch nicht gesehen hat, denn, naja, ihr könnt es vielleicht schon denken, wenn man nur einen Charakter hat, wir können einfach jeden Beruf auch erlernen oder besser gesagt, wir haben ihn von vornherein und können ihn skillen, indem wir ihn ausüben. Kommen wir einmal zum Sammelberufen, wie ihr hier eben schon so ein bisschen seht. Wir können eigentlich nahezu alles einsammeln draußen. Wir können jegliche Bäume fällen, wenn wir den Skill dafür haben. Wir können Steine, die rumliegen, aufsammeln. Wir können Kräuter einsammeln. Wir können auch Hanf für Stoff einsammeln. Wir können Tiere kürschen an und wir können natürlich auch all diese Rohstoffe, die wir dann einsammeln, verarbeiten zu nützlichen Items. Zum Sammeln einmal haben wir natürlich verschiedene Tools, die können wir auch immer erweitern, denn unser Sammelerfolg und auch die Sammelgeschwindigkeit hängen von diesen Tools ab. Die können wir aber auch alle tragen. Wir haben extra dafür unten ein kleines Inventar, wo wir die reinziehen können. Dann tragen wir halt das Gewicht nicht mit uns rum, denn alles, was hier links im Fenster ist, zählt nicht zu unserem Inventargewicht. Und ja, die Dinger können wir dann immer stärker erweitern, um halt Sachen schneller abbauen zu können. Theoretisch können wir auch mit einer ganz billigen Steinachst hochwertiges Material abbauen, aber es dauert eine Ewigkeit, bis wir es haben. Also wie gesagt, das Sammeltempo ist abhängig von der Qualität der verschiedenen Werkzeuge. Und hier haben wir nochmal die Übersicht. Und zwar haben wir Sammelberufe, Holzfällerei, Bergbau, das Angeln, die Erntearbeit und das Spurenlesen und Häuten. Die Skillpunkte kommen automatisch, indem man es einfach ausführt. Dauert auch eine ganze Weile, also die 100 zu erreichen. Das hat schon, ja, doch ein paar Stündchen gedauert. Ich glaube, ich habe 70 oder 80 Spielstunden, habe ich zurzeit. Und ja, bin eigentlich permanent mit dem Schar hier unterwegs gewesen. Und ja, das ist so das Ergebnis. Der Maximumskill ist wohl zurzeit 200. Und wir haben bestimmte Caps, um Sachen einzusammeln. Wenn ich einmal zum Beispiel hier draufklicke, bei Holzfällerei, dann sehen wir, junge Bäume können wir ab 0 und ab Level 50 oder ab Skill 50, besser gesagt, können wir die ausgewachsenen Bäume dann einmal looten, die auch anderes Holz geben. Ab 100 können wir dann das Würtholz abbauen. Das sind so bläuliche Bäume und Tropenholz. Das sind so rote Bäume. Die können wir ab 175 abbauen. Aufspürbar bedeutet, wenn das eben aufspürbar ist, dann haben wir es oben auf unserem Radar. Können wir das gleich leicht sehen, wenn wir in der Nähe von solchen Sachen sind. Teilweise auch auf der Karte. Die Höhe des Skills gibt auch noch mal teilweise das Sammeltempo noch mal an und erhöht das auch noch mal, dass wir schneller vorankommen. Nach dem Sammeln kommt natürlich das Veredeln. Da haben wir einmal den Beruf Schmelzen, Holzverarbeitung, Lederverarbeitung, die Weberei und die Steinmetzkunst. Denn dafür müssen wir zu einer Werkstätte gehen und müssen dann zum Beispiel, ja, Eisenerz kann man am besten erklären, die schmelzen wir dann zu Eisenbahnen ein. Und wenn wir dann vom Skill hoch genug sind, geht es weiter mit Silberbahnen und sogar mit Stahlbahnen, wo wir noch Holzkohle dazu brauchen und, und, und. Hier seht ihr mal so eine kleine Liste, was allein da möglich ist, was man da zusammenschmelzen kann. Bei den Herstellungsberufen dann selber letztendlich kommen wir zur Waffenschmiederkunst, Rüstungsschmiederkunst, die Ingenieurskunst, Juwelenschleifen, Arcana, was sowas wie Alchemie ist sozusagen inklusive, ja, die Caster-Sachen bauen. Dann haben wir noch mal die Kochkunst, auch sehr komplex, und die Tischlerei. Die ist für unser Housing-System hinterher da. Wir können uns tolle Möbel nämlich selber bauen. Eins muss man noch sagen zur Waffenschmied- und Rüstungsschmiedkunst. Hier haben wir das ganz clever gemacht. Es gibt hier keine Schneiderei oder so, denn sobald wir an einem anderen Herstellungstisch Sachen herstellen, die halt Rüstung sind, ist es trotzdem Rüstungsschmiederkunst. Also auch wenn wir uns irgendwelche Stoffsachen nähen sozusagen, es ist Rüstungsschmiederkunst und wir erlernen da den Skill dann sozusagen drin. Hier so eine kleine Übersicht, die doch ziemlich groß ist. Wie schon gesagt, das Hauptfeature im Spiel ist auch das Craften, denn selbst legendäre Items können wir dann hinterher über dieses Crafting-System dann bauen. Also die besten Items im Spiel sind craftbar. Wir müssen nicht in eine Instanz rein, wir müssen keine Raids machen oder so. Nein, wir müssen nur die Materialien bekommen, was aber natürlich auch sehr viel Arbeit ist. Vor allem muss derjenige auch den Skill haben, um es dann herzustellen. Das Crafting selber können wir in der Stadt machen oder in jeder Stadt, denn wir haben hier auf der Karte schon die verschiedenen Werkstätten dafür, also von Schmiede, Schmelzoven, Holzwerkstatt und so weiter und so fort. Und die haben einen gewissen Rang, das ist auch noch eine kleine Besonderheit. Zum Beispiel die Küche hat in der Stadt nur den Rang 2 und die Fraktion oder besser gesagt die Company, das heißt Gilde, Clan, nennt es wie ihr wollt, die können dann bestimmen, was wir upgraden. Und so kann das im Rang hochgehen, weil hier zum Beispiel das Ding hier ist schon in Rang 3. Man sieht es auch an der Optik, sieht immer toller aus. Und dann können wir weitere Sachen bauen. Zum Beispiel an den Rang 2 Rüstungsschmiede können wir eigentlich kein Stahlverarbeiten, also keine Stahlwaffen bauen. Wir müssen dafür dann den Rang 3 haben. Ansonsten funktioniert es einfach nicht. Also wir müssen hoffen, dass dann der Stadtbesitzer das irgendwann upgradet. Im Laufe des Spiels werden die Sachen natürlich immer wahrscheinlich in allen Städten dann höher werden und ja, noch größer ausgebaut sein. Das Einzige, wie das wieder runtergegradet wird sozusagen, ist, wenn wohl der Stadtbesitz wechselt, also im Sinn einer Schlacht, einer DVP-Übernahme von einer anderen Fraktion, dann muss man da wohl wieder einmal ran, um die Sachen abzugraden. Des Weiteren, wenn wir schon mal beim Crafting sind, ich zeige euch hier mal so ein Lagerschuppen, denn das ist unser Lager, denn wir können bei uns selber nur halt ein gewisses Maß an Items tragen. Und wir können auch noch mal 1000 Gewicht in unsere Lagerstätte reinpacken. Meiner ist gerade voll, weil aus dem Markt ein paar Sachen wieder zurückgekommen sind. Deswegen könnte ich jetzt hier gar nichts mehr reinstecken. Den kann man auch noch erweitern mit dem Housing-Feature und noch ein paar anderen Sachen. Und der ist nur von Stadt zu Stadt eigen. Das heißt, wir haben jeder Stadt ein eigenes Lager. Wenn uns mehrere Städte gehören in der Fraktion, dann können wir auch auf die Lager der anderen Städte zugreifen und uns Sachen hier rüber kopieren. Also ich könnte mir zum Beispiel hier einfach mal die Goldbahn schnappen und für eine kleine Gebühr kann ich es direkt im Instant in mein Inventar holen, obwohl ich gar nicht in der Stadt bin. Andersrum geht es leider nicht. Und Städte, die uns nicht gehören, da können wir zwar reinschauen, aber wir können es nicht rüber kopieren, weil uns das Gebiet nicht gehört. Ist auch so ein Vorteil vom Gebietbesitz oder um in der richtigen Fraktion zu sein. Im Rathaus von einer Stadt gibt es hier so einen riesigen Tisch und da kann eben der Besitzer von der Stadt diverse Aufrüstungssachen machen. Hier haben wir zum Beispiel das Dörfchen selber. Und da kann er dann bestimmen, hier sind die ganzen Werkstätten, die ich eben gezeigt habe zum Teil. Und die kann man dann eben aufrüsten. Das heißt, er steckt dann da das Geld rein und wir Spieler gehen danach zu dieser Tafel hier vorm Rathaus. Und dort werden dann solche Aufgaben gestartet, wo wir oben so Punkte füllen müssen, indem wir solche Sachen machen. Zum Beispiel hier Bauholz abgeben, wenn wir es dabei haben. Können wir es abgeben, kriegen dann dafür EP und auch Gebietsruf und wie gesagt, spenden dann Punkte sozusagen in das Projekt rein. Ist zur Zeit, am Anfang, weil natürlich alles sehr hinterher ist, sind es immer fest voll. Hier fehlen noch ein paar Punkte, dann ist auch das Projekt hier fertig. Das ist aber für unser Fort, nicht für unser Dorf. Kann man eben dran teilnehmen, unterstützen. Und das ist auch ein System, übrigens, womit man auch sehr viel EP machen kann, um zu leveln. Das ist halt, nicht nur Quests macht man hier so ein bisschen, die sind sogar ein bisschen weniger als in anderen Spielen, sondern macht sehr viel über das Sammeln, über das Herstellen und eben um das Abgeben hier. Und kriegt dadurch massiv an EP. Also ich habe bestimmt schon 10 Level allein darüber gemacht. Und zu guter Letzt noch für Thema Berufssystem oder generell Items. Ich habe das Lager schon gezeigt. Und zwar haben wir hier unseren Markt. Der ist auch von Stadt zu Stadt. Von Stadt zu Stadt ist der separat. Das heißt, wir können theoretisch in anderen Städtchen etwas Günstiges einkaufen und es woanders dann teuer verkaufen. Wir können sogar Kaufaufträge machen. Das heißt, wir können auch selber sagen, wir kaufen für einen bestimmten Preis so und so viele Sachen ein und können das woanders verscherbeln. Ist für die Geschäftsmänner unter uns eine super Sache, weil teilweise braucht man mal irgendwo ein Item für eine Quest oder so. Dann verteilt man einfach die Sachen, zum Beispiel wo die Rohstoffe eher sehr stark vorkommen. Die sind dann wahrscheinlich da billig. Und so gibt es eine richtige kleine Marktwirtschaft in den einzelnen Dörfern. Kommen wir einmal zum schönen PvP-System hier in New World. Und zwar sehen wir ja schon hier einmal die ganzen Gebietsfarben. Das sind die einzelnen Fraktionen, zu denen ich ja schon eben gekommen bin. Und die noch weißen Gebiete sind noch neutral. Die kann man am Anfang, wo das Server jetzt noch frisch ist, wie jetzt zu dem Zeitpunkt, könnte man die kaufen. Also eine Kompanie, also sprich ein Clan, müsste 100.000 Thaler zahlen. Und dann haben die das Gebiet. Letztendlich geht es dann aber hinterher so, der Wechsel geht über Einfluss. Denn wir können PvP-Missionen machen für unsere Fraktion. Und dann haben wir hier unter den Gebieten diese Balken. Das steht auch für die einzelnen Fraktionsfarben. Und wenn man dann diese macht, bekommt man Einfluss. Teilweise wird das noch erhöht durch gewisse Faktoren, wie zum Beispiel, ob man hier so ein Fort hält oder nicht, kriegt man noch ein bisschen Bonus hinzu, ein bisschen zusätzlichen Einfluss, wenn man diese Mission macht. Man kann als einzige Person nicht so viel eigentlich beitragen. Also, dass man da Propozente macht, das dauert schon eine ganze Weile. Das macht man am besten dann als Gruppe, macht auch natürlich mehr Spaß. Denn die andere Fraktionen hat auch natürlich ihre PvP-Quests zu machen, um selber Einfluss zu gelangen. Immerfall ist zum Beispiel in Kontrolle vom Syndikat, zu dem ich gerade auch dazugehöre. Und die Marodeure, die haben einen Einfluss von 27%. Wenn sie jetzt noch ihre Missionen weiter hier machen würden, würden sie irgendwann bei 100% sein. Und dann können sie den Krieg erklären, wie wir das hier wohl mit Lichtholz gemacht haben. Muss ich mir gleich mal anschauen gehen. Das ist auch das erste Mal, dass ich sowas sehe. Und dann wird es eine Art PvP-Kampf geben. Und der entscheidet dann um das Gebiet hinterher. Aber bis es eben zum Krieg kommt, ist es ein ganz schön langer Weg. Denn natürlich gibt es verschiedene Funktionen oder Faktoren, die das eben beeinflussen. Denn erstens, wenn man getötet wird, während man diese Missionen macht, ist die Mission danach fehlgeschlagen. Also selbst wenn man die abgeschlossen hat und zurück zum Dorf will, wo man wieder hinlaufen muss, und man wird dann da abgefangen und getötet, ist es fehlgeschlagen und man macht keinen Einfluss. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu verhindern, dass die andere Fraktion zum Beispiel Einfluss bekommt. Oder man kann natürlich auch selber die Quests machen, um mehr Einfluss wieder zurückzubekommen oder eben auch so ein Gebiet zu erobern. Eigentlich ein sehr cooles System. Macht auch Spaß. Das PvP selber ist trotzdem nur optional, denn wir können selber entscheiden, ob wir es anhaben wollen oder nicht. Und das funktioniert auch nur in den Städten. Oder wir werden halt außerhalb einer Stadt von einer aktiven PvP-Gruppe eingeladen, da geht das Dreck an. Denn in unserer Stadt können wir U drücken, dann kreuzen sich rechts unten diese Schwerter. Oder es geht auch eben wieder rückgängig. Dann können wir PvP an- oder ausmachen. Und wir haben ein paar Vorteile. Also zum Beispiel kriegen wir 10% mehr EP, wenn wir mit PvP an- und rauslaufen. Man kann es bei anderen Spielern erkennen, ob sie an- oder aus- haben, indem die Namen rot sind. Wenn unser PvP aus ist, können die uns überhaupt nichts tun, egal wie die sich bemühen. Nur wenn beide Fraktionen sozusagen PvP anhaben, dann können die sich auf die Mütze hauen. Wenn ich es einmal anschalte und rauslaufe auf dem Dorf, habe ich auch einen kleinen Timer, der so eine Art Schonzeit zeigt. In der Zeit kann ich noch nicht angegriffen werden. Das dient als Schutz, dass man halt nicht davor kämpfen kann. Man kann also raus. Aber ansonsten, wenn ich jetzt draußen mit aktivem PvP jemanden treffen würde, dann würde es wahrscheinlich sehr blutig werden. Wie schon vorhin erwähnt, wer dann so ein Gebiet besitzt und damit auch das da drin liegende Dorf, der kann eben diverse Sachen machen. Er kann eben vorschlagen, welche Sachen, welche Projekte angepinnt werden sollen und durchgeführt werden sollen. Dauert, glaube ich, immer 24 Stunden, bis man wieder ein neues Projekt angeben kann. Des Weiteren hat die Kompanie selber hier gewisse Rabatte, Rabatte auf die Schnellreise, denn die kosten auch diese Ressourcen, wenn man eine Art Port machen möchte von einem Schnellreisepunkt zum nächsten. Die haben die Kompaniemitglieder um 70 Prozent reduziert. Sie haben einen Steuernachlass von 30 Prozent und 20 Prozent Rabatt auf Häuser. Es gibt auch ein Housing und dafür sind eben die Häuser. Fraktionsmitglieder, die der kontrollierenden Fraktion eben hier angehören, die haben aber auch ein paar Vorteile. Also 40 Prozent Rabatt auf die Schnellreise, Rohstoffbehälter in der Stadt. Das ist so ein Ding, wo man sich einmal am Tag ein paar Sachen abholen kann. Das ist von Stadt zu Stadt anders. Wir haben, wie schon vorhin mal kurz gezeigt, wir haben Zugriff auf die anderen Lager von weiteren kontrollierten Gebieten von unserer gleichen Fraktion. Wir haben globales Glück, also wir kriegen besseren Lutz sozusagen im Gebiet und haben nochmal einen Sammelbonus von 10 Prozent in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ob die Unterschiede sind in den Gebieten, aber wir haben auf jeden Fall diese Vorteile. Und die Kompanie selber, die es kontrolliert, die hat auch noch den Vorteil, dass die Steuern bestimmen kann und die kriegen dann die Steuer in ihre Kompaniekasse sozusagen. Aber naja, das brauchen sie auch, weil sie müssen ja auch Gold bezahlen, um irgendwelche Projekte zu starten. Ein weiteres PvP, aber auch PvE-Feature, noch ganz zum Schluss von diesem kleinen Kapitel PvP, mit Maximal Level, also mit Level 60, haben wir hier die Möglichkeit, auf den Außenposten ansturmen. Konnte ich mir selber noch leider nicht anschauen, denn ich bin erst Level 33. Aber das soll eben dann auch so eine Art Battleground sein, wo wir aber auch NPCs spawnen lassen können und eben was angreifen müssen. Haben aber auch eben andere Spieler als Gegner. Ich glaube, gespielt wird 20 gegen 20. Auch wohl eine coole Sache fürs Endgame, was beide Sachen eben separat kombiniert. Kommen wir nochmal zum vorletzten Punkt. Wir hatten gerade das PvP. Okay, ihr wollt natürlich auch wissen, was haben wir noch für PvE zu erwarten. Zum einen zeige ich euch mal hier die Stufenbelohnung, denn wir haben gewisse Funktionen, sobald wir eine gewisse Stufe eben erreicht haben, die wir dann eben bekommen, inklusive die Housing-Möglichkeit, was eben auch zum Spiel hier einfach dazugehört, dass wir nämlich Häuser bauen können. Was heißt nicht bauen können, sondern besser gesagt, wir ziehen da ein. Wir müssen auch eine wöchentliche Miete zahlen. Wir können das ausrüsten. Wir können da verschiedene Sachen hinstellen. Es gibt sogar ein paar Teile, die uns dann sogar Buffs geben, wenn wir die hinstellen. Und das schönste Haus wird auch gekürt. Ich zeige es euch gleich mal. Dazu kommen wir aber dann nochmal gleich. Ansonsten gibt es dann noch hier weitere Sachen, die wir dann im Laufe des Levelns freischalten. Deine Taschenslots, Ohringslots, ein Überlebenslager, denn wir können so eine Art Spawnpunkt draußen in der Wildnis aufstellen. Das sieht dann ein bisschen hübscher aus. Und man kann ein paar Sachen noch dran craften für unterwegs. Wichtig wird es dann ab Level 50. Dann kriegen wir nämlich die Möglichkeit auf Invasion. Invasion ist ein tolles PvE-Feature. Denn da wird sofort angegriffen. Und mit 50 Spielern versuchen wir es dann zu verteidigen. Gibt wohl gut Loot. Und ich glaube auch irgendwie ein Bonus, wenn wir das schaffen. Ich konnte es leider noch nicht anschauen. Und wir haben da sogar Belagungswaffen zur Verteidigung zur Auswahl. Wir müssen dann wohl acht Wellenangriffe von der, von, 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 von Mobs sozusagen überleben. Und ist halt auch ein tolles, ja, mit oder schon fast Endgame-Content. Diese Invasionen können in Gebieten auftreten. Ähm, da gibt es ein Timer. Das wird dann für PvP sozusagen gesperrt, das Gebiet. Also da kann kein Krieg erklärt werden, wenn die Invasion läuft. Und da kann man sich dann eben einschreiben und mitmachen und, ja, den helfen zu verteidigen mit dem Fort. Mit dem Level 60, wie schon eben, auch schon PvP-Teil angeschnitten, ne, Außenposten, Ansturm wird da freigeschaltet. Ist halt PvP und PvE. Ansonsten haben wir noch zur Zeit sechs Instanzen im Spiel, die man, ja, wo man sich durchprügeln kann. Es gibt wohl eine Boss-Arena, der es wohl auch in sich haben soll. Habe ich leider mir noch nicht angeschaut. Es sind auch leider gerade keine Bilder für euch dafür. Ähm, ansonsten haben die Invasionen, die gibt es auch noch als so eine kleine Art Vorgebote. Das fängt dann hier mit so einem Portal an, das sind so verderbte Portale. Kann man in kleinen Gruppen teilweise machen oder auch, ja, fast Solo. Und, äh, das sind dann auch nochmal so Sachen, mit denen man gut Items farmen kann und auch gute leveln kann. Natürlich, das Max der Fähigkeit dauert auch eine Ewigkeit. Wer Spaß am ganzen Berufssystem hat, das ist natürlich auch ein weitgehender Content, der bis in, ja, ins Endgame reingeht. Man kann hier im Spiel wirklich der Beste werden von einem Beruf und, ja, halt angefragt werden. Da ja der Server relativ klein ist mit 2000 Spielern, kann man sich einen Namen machen, indem man halt im Auftrag zum Beispiel schmiedet oder irgendwas bastelt. Das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Hier sieht man übrigens mal nochmal das Housing-System, weil, ja, da kann man eben auch alles dekorieren, was man so findet, aber auch so Premium-Sachen, wie man hier gerade bei dem Haus sieht. Ähm, wir können nämlich das Menü immer hier öffnen und der, der die meisten Punkte hat, die über die Einrichtungsgegenstände gehen, der wird automatisch hier uns angezeigt. Der kann halt so ein bisschen flexen, sozusagen, mit den Sachen, die er hat. Wir können aber ansonsten auch die nächsten Top 20 hier, könnten wir besuchen, wie die das so eingerichtet haben und dann werden wir sozusagen hier so eine Art Instanz reingeknallt und können uns mal das Haus anschauen, was er so da eingerichtet hat. Okay, ich sehe gerade so leider die Hunde, enttäuscht mich gerade ein bisschen. Äh, ach, da, guck mal, da steht auch so ein bisschen Werkzeug davor. Ähm, ich glaube, das gehört zumindest dazu. Ne, das ist, glaube ich, so Standard drin. Ja, das ist eben auch eine Sache, denn die ganzen Möbel können wir teilweise finden bei manchen Gegnern, wegen den ganzen Trophäen, die uns noch Buffs bringen oder natürlich auch selber craften, verkaufen, kaufen und selbst, wir können Sachen hinstellen, die zum Beispiel auch unsere Lagerkapazitäten erhöhen. Und zu guter Letzt kommen wir einmal zum Ingame-Shop, denn ich habe es am Anfang, glaube ich, schon gesagt, und zwar hat das ganze Spiel kein Abosystem. Das heißt, um halt natürlich die Entwicklung voranzutreiben und weiter für Einnahmen zu sorgen, gibt es dann hier ja kleine, kleine Sachen, die man uns kaufen kann. Vor allem hier ein paar Emotes können wir uns kaufen. Für Brausgegenstände sind aber nur Farbstoffe zur Zeit. Es wurde mal darüber gesprochen, dass vielleicht irgendwann in der Zukunft sogar kleine EP-Booste rauskommen. Ob das verwerflich ist oder nicht, muss man mal schauen, wie hoch die sind. Ich habe, glaube ich, nicht so viel dagegen, denn jemand, der viel später anfängt mit dem Spiel, der muss einiges aufholen. Wenn es dann halt für ein paar Euro ein bisschen was gibt, na gut, wen stört es da schon, ne? Wir haben ja keine weiteren Twings oder Charakter und so weiter. Uns interessiert es, glaube ich, nicht, weil wir hier schon auf Maximum sind. Dann gibt es natürlich Waffenskins. Hier gibt es auch ein paar sehr schöne zur Zeit. Die Auswahl ist noch ein bisschen wenig, aber ich glaube, damit kann man ordentlich viel machen und sehr schöne Sachen eben rausbringen. Als letzter Punkt steht ja sogar schon Weltübertragung. Ich denke mal, dass man hinterher auch kostenpflichtige Server-Transfer hat, auch wie man es aus anderen Spielen kennt. Das Ganze lässt sich über Marken kaufen. Die kann man hier für Echtgeld einkaufen und dann kann man damit im Store bezahlen. Ist nichts Neues. Das kennt man auch schon so aus anderen Spielen. Ansonsten bekommen wir auch ein paar Style-Sachen oder ein paar Sachen von Twitch selber. Denn Amazon Gaming, ne? Die machen auch sehr viel mit Twitch. Es gibt im Spiel eine Twitch-Integration. Das heißt, wenn man selber Streamer ist, dann kann man sich erst einschalten. Dann sieht man wohl, wer zum Beispiel auch gerade streamt und ich glaube auch, wie viele Zuschauer man hat. Diese Option ist aber gerade noch deaktiviert, weil es wo ein paar Probleme gibt. Konnte ich mir also auch noch nicht anschauen. Aber ansonsten, wenn wir ein Skin anwenden wollen, klicken wir auf das entsprechende Teil, gehen auf Haut ändern, wie es zurzeit noch heißt. Und zurzeit gibt es bei Twitch eben auch noch solche Drops, wenn man seine Accounts verbindet. Dann ist zum Beispiel so ein stylischer Bogen möglich, wenn man haben möchte, in den entsprechenden Twitch-Farben. Und auch bei Amazon Gaming, wenn man halt Amazon Prime hat, kann man sich auch was holen. Da kriegt man, ich kann es euch nochmal zeigen. Ich glaube, das war nämlich hier. Ein Piratenkostüm war das, glaube ich. Na, wo ist es? Da. Ne, da ist es nicht. Das war die Vorbestellersache. Da, genau. Twitch-Piratenmantel. Sehr stylisch eigentlich. Den gibt es dann eben auch für umsonst, wenn man Prime Gaming hat. Ja, und könnt ihr euch einfach abholen und habt es dann im Spiel. Und ich denke mal, auch in naher Zukunft kommen noch weiter solche kleinen Deals sozusagen, dass man da was abstauben kann. Also haltet die Augen offen und, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine freie Sache. Kommen wir noch zum Schlusswort. Also, ich bin, ja, zurzeit richtig in, in Sucht. Es hat, bisher hat kein Spiel mich so gepackt wieder wie New World. Ich, ähm, mache ja an sich keine Spielebewertung oder Tests an sich. Deswegen ist es auch nur meine persönliche Meinung. Ich kann nur euch sagen, ich finde, es ist mega gut und deswegen habe ich auch entschieden, für YouTube ein bisschen weiteren Content zu machen. Es werden noch demnächst Geizfolgen fürs Spiel und ich wollte euch mit dem Video einfach mal ein bisschen was mitgeben, ein bisschen was zeigen, was man alles so machen kann. Sehr ausführlich, wie ihr mich kennt. Ich hoffe, es war nicht zu ausführlich, aber ich denke mal, auch mit den ganzen Kapiteln könnt ihr ja selber so ein bisschen schauen und ich glaube, ich habe da alles aufgezählt, hoffentlich auch nichts vergessen. Und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer, was New World angeht und könnt euch natürlich überlegen, ob ihr es euch mal eben anschauen möchtet oder ob es überhaupt nichts für euch ist. Wenn euch das Thema gefällt, würde ich mich natürlich über ein Like und vielleicht auch über ein Abo sehr doll freuen, denn dann wüsste ich, dass ich genau mit meiner Idee, was für New World zu machen, nicht so falsch liege, vielleicht auch, ja, einen kleinen Punkt getroffen habe, der genau richtig ist und kann mich eben auf diesen Content konzentrieren und in der Richtung weitere Sachen machen. Wenn ihr natürlich Fragen habt, natürlich dafür sind die Kommentare da, stellt es sehr einfach und ich werde natürlich hier einen einzelnen Kommentar von euch lesen und mich auch bemühen, ihn zu beantworten. Ich würde mich also natürlich auch freuen, wenn wir uns das nächste Mal in den ganzen Guides von New World wiedersehen und ich euch hoffentlich auch damit helfen kann. Also bis bald!